Achtung, jetzt Vater und Tochter. Und wie geht es euch zwei jetzt 30 Jahre nachdem das Engel auf die Welt kam? Wie geht es? Es geht nur noch ein Jahr, es geht in den Mund. Und? Bist du zufrieden so weit? Zwischendurch ist sie schon eine Beere. Eine was? Eine Beere! Ach, du hast das Sorge zu sagen, wir hast eine Foto. Nein, wie hast du das gesehen, als ich die Welt gekommen bin? Ja, es ist schlimm. Ich konnte nicht schlafen, gell? Nein, es gab auch Probleme mit den Lungen. Die haben sich verklebt. Ah ja? Ja. Bist du Problemkind gewesen? Ja, also nur ganz kurz, zum Glück. Ich konnte nicht schlafen, man musste immer tragen, weil ich immer geschreien habe. Ist gar nicht wahr. Ist gar nicht wahr? Nein. Moni sagt das nicht. Ja, das ist blödsinn. Also gut, und das Fest wird gut heute Abend? Keine Ahnung. Oh, oder? Das ist vielleicht auch toll, dass der Papi hier ist. Wenn ich heute Morgen hier war, also heute Mittag hatte ich einen kurzen Schreck. Es ist gar nicht möglich. Was? Wo? Warum? Am Morgen ist noch nichts zu tun. Du kennst doch deine Tochter, oder? Die kommt immer auf den letzten Zacken, habe ich festgestellt. Es ist ein bisschen chaotisch. Stimmt gar nicht. Doch, doch. Aber man kann gute Sachen machen mit dir. Ja, genau. Jetzt musst du noch meine Gotteninterview machen.